Wir haben das große Problem, dass wir jetzt gerade während der Corona-Pandemie der Schulschließungen eben keine Lernstandserhebungen haben. Wir können auch mit Befragungen nicht in die Schulen rein und ähnliches, sodass wir nur einzelne Aspekte haben, von denen wir jetzt für Deutschland wissen, wie viel eigentlich wirklich gelernt wurde. Darum haben wir jetzt einfach die Eltern mal gefragt, was denken sie? Und das ist am Ende des Tages eben auch die Sache. Es ist natürlich eine subjektive Einschätzung. Denkt man, und wir haben bewusst gefragt, pro Stunde, also nicht so allgemein, sondern eine Stunde zu Hause oder eine Stunde in der Schule, was ist besser? Weil die reine Tatsächlichkeit, dass man eben gesehen hat, dass die Lernzeit zurückgegangen ist, sagt ja noch nichts über die Qualität des Lernens aus. Und wir wollten ein bisschen mehr darüber wissen. Und eine Art, wie man da ein bisschen was darüber rauskriegt, ist eben diese Einschätzung der Eltern. Das kann natürlich daneben liegen, das wird nicht immer perfekt stimmen. Ich glaube, es gibt einem aber schon ein gutes Bild, weil die Eltern natürlich gerade sehr viel mehr mit ihren Kindern interagieren und im Homeschooling eben auch dabei sind. Und dementsprechend glaube ich, diese Einschätzung uns schon ein gewisses Bild dazu gibt, dass es einen großen Teil gibt, wo die sagen, da klappt das nicht so gut. Und es gibt einen kleineren Teil, da klappt das besser. Es wäre spannender, wenn wir Lernstandserhebungen hätten, wo wir das wirklich konkret nachschauen könnten. Man hat sich entschieden, die im letzten Sommer und Herbst nicht durchzuführen. Und es ist auch bis jetzt noch nicht weiter geschehen. Es wäre natürlich für alle viel besser, wenn wir darüber mehr wüssten. Das wäre auch für die Lehrerinnen und Lehrer sehr hilfreich, klarer zu sehen, wo stehen eigentlich die Kinder und Jugendlichen, um dann eben darauf einzugehen. Das haben wir leider alles nicht. Das Grundlegendere, noch viel mehr, ist tatsächlich so, dass wir in Deutschland sehr wenig Informationen darüber bekommen, wie eigentlich die Schüler tatsächlich abschneiden. Also Sie haben es gerade angesprochen, in den Niederlanden, die machen jedes Jahr eben die nationalen Prüfungen, über die man dann eben sieht, wie die Kinder derzeit stehen. Das ist sehr hilfreich und ist auch am fairesten für die Kinder in der Bewertung. Wenn wir hier sehen, wie lange wir jetzt hier mittlerweile im Lockdown sind. Die meisten Kinder waren jetzt deutlich mehr als ein halbes Schuljahr nicht in der Schule in Bezug auf die Wochen eines Lernjahres. Dann ist das natürlich verheerend, weil man dort sieht eben, man lernt zu Hause wirklich viel, viel weniger. Das wäre jetzt für uns in dieser Situation extrem hilfreich, aber auch ganz genereller wäre es natürlich nützlich, wenn wir Lernschanserhebungen hätten, die jährlich uns ein Bild davon geben, wie die Schülerinnen und Schüler stehen, weil man dann schneller darauf reagieren kann und wo man auch für jedes Bundesland sieht, wie ist das eigentlich. Das Beste, was wir zurzeit haben, sind die Erhebungen vom IQB. Die sind aber zum Beispiel in der achten, neunten Klasse werden sie quasi alle sechs Jahre im selben Fach gemacht. Da kann man dann natürlich wenig Rückschlüsse drüber ziehen, woran gegebenenfalls Dinge hoch und liegen, dass es hoch und runter geht oder auch überhaupt möglichst schnell auf entsprechende Veränderungen reagieren. Ich glaube, wir werden gut beraten, wenn wir das deutlich ausweiten würden. Beim Lernen ist es eben auch so, dass Stillstand Rückschritt bedeuten kann. Wenn man gar nichts macht, dann vergisst man die Sachen. Lehrer wissen das. Nach den Sommerferien sind die Kinder zurückgekommen und man fängt nicht da an, wo man vorher aufgehört hat, sondern viel weiter zurück, sondern man muss das alles nochmal neu erklären. Das ist jetzt besonders stark gewesen und das ist dann eben auch dort so, dass es Kinder gibt, die eben nicht nur keinen Lernzuwachs hatten, sondern deutlich zurückgegangen sind. Und dann gibt es andere, die haben schon dazugelernt. Im Durchschnitt sieht man bei dieser Null. Was man in den Niederlanden sehr stark gesehen hat, sind Unterschiede nach dem Bildungshintergrund, sozioökonomischen Hintergrund der Familien. Dort waren die Verluste, die man gesehen hat, unter den bildungsfernen Kindern nochmal 50 Prozent größer als unter den bildungsnahen Familien, sodass man diesen Durchschnitt quasi von dem Null-Effekt hat. Woher kommen eigentlich sozusagen die, sozusagen sind es nur die Leistungsstärkeren, bei denen sich jetzt was verbessert hat? Ich glaube, die Lage über die Zeit sehen wir eigentlich schon, dass es durch die Bank zum Beispiel die Lernzeit sich erhöht hat. Das heißt eben gerade auch die Schüler, die im ersten Lockdown gar nicht oder eine halbe Stunde, eine Stunde im Durchschnitt am Tag gemacht haben, der Anteil ist deutlich gesunken. Sodass ich schon auch glaube, dass eine Sache, die geklappt hat, ist, dass die Schulen diejenigen Schülerinnen und Schüler, die sie im ersten Lockdown überhaupt nicht erreicht haben, jetzt ein Stückchen mehr erreichen und auch dazu bringen, dass sie sich ein bisschen mehr mit Schule beschäftigen. Sodass ich glaube, das geht schon mehr durch die Bank. Gut, wie man das Ganze jetzt insgesamt einschätzt, das liegt immer im Auge des Betrachters. Ich glaube, das kann jeder interpretieren, wie er die Dinge sieht. Wenn ich meine persönliche Interpretation dazu gebe, dann sehe ich das insgesamt schon als eher enttäuschend an. Es ist natürlich eine Verbesserung, die ist klar zu sehen. Aber wenn wir sehen, dass trotzdem nur eins von vier Kindern täglich gemeinsam Online-Unterricht hat, dann finde ich das nicht den Ansprüchen, die wir haben müssten, entsprechend. Das haben sehr viele, inklusive uns selber, sehr viele Eltern aus der Wissenschaft sehr früh gewarnt, dass das Ganze eklatante Konsequenzen haben kann. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, das Wichtigste wäre, wenn wir die Schulen halt zulassen müssen, dass wir möglichst schnell auf täglichen Online-Unterricht umschalten. Und wenn wir jetzt sehen, dass bei 40 Prozent der Kinder, 39 Prozent, das höchstens einmal pro Woche, die irgendwie eine gemeinsame Sitzung haben, finde ich das jetzt nicht gerade berauschend, muss ich zugeben. Insofern, wir sehen ja an etlichen Schulen, das finde ich halt das Spannende, dass sich die Lage verbessert hat. Das war also nicht unmöglich. Die Schulen, die sich da auf den Weg gemacht haben, die haben es geschafft. Und da müssen wir extrem dankbar sein, den Lehrkräften, den Schulleitungen, dass sie das hinbekommen haben. Aber eigentlich wäre es eine politische Aufgabe, dass wir doch den Anspruch haben müssen, dass das für alle Kinder und Jugendlichen der Fall ist. Und davon sind wir leider immer noch sehr weit weg.